Nachtleben, das ist das Leben feiern, Musik, Fortpflanzung. Letztlich stürzen uns doch alle nur in die Nacht, um diesen einen Menschen zu finden, dem wir ein Leben lang aufwachen möchten. Da kriegt man ja direkt selber Lust, sich mal wieder ins Nightlife zu stürzen, ne? Mal wieder ein bisschen in den Bären zu melken. Bisschen in die Drise kitzeln. Da stecken ernsthafte Schwierigkeiten. Fucking ernsthaft. Wo ist Renzo? Der ist nicht da. In diesem Untertauchung. Kann jetzt nicht. Ich hab heute ein Date. Ihr werdet einen super romantischen Abend haben. Ich spür das. Lauf! Ich hab einen seriösen Plan. Hallo Sunny. Ähm, alles klar? Ähm, ähm... Unser Date läuft wirklich suboptimal.